Welche Frage soll ich nachdenken? Wovon erzähle ich meinen Eltern nicht? Vor allem Sex mit meiner Freundin. Sex mit der Freundin bei Rock am Ring? Du bist schon sehr lange am Ring, habe ich gehört. Ja, seit Anfang an. Seit Anfang an? Ja. Wie alt warst du da? Keine Ahnung. Vielleicht einmal, wenn es so kommt. Also ich weiß noch nicht. Ich muss gucken. In den vier Tagen so zweimal? Neumal. Ich weiß nicht, ich habe eine Karte, also ich kann so oft ich will. Also der Plan war eigentlich einmal zu duschen. Aber wir haben ja jetzt schon Freitag und ich fühle mich noch nicht so eklig. Deswegen sieht es so aus, dass ich eigentlich nicht duschen werde. Kommt selte vor. Vor zwei Jahren habe ich mal geduscht hier. Also ich bin jetzt 18, gerade das Abi fertig. Und ich bin ein bisschen planlos. Also heute in fünf Jahren hoffentlich wieder beim Ring, denk ich mal. Aber wenn es klappt, dann das Pharmaziestudium. Aber ich bin nicht so ein fleißiger Schüler gewesen. Deswegen sieht es damit nicht so gut aus. Mal gucken, was mich hinführt. Und eigentlich ehrlich gesagt hier. Schön. Wahrscheinlich wieder Green Camping, vielleicht ein bisschen weit da vorne. Wahrscheinlich wieder ein Rockerring. Aber auf jeden Fall noch Festivals. Festivals liebe ich. Ich bin nicht so gut. Weißt du was? Was piep 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 nochmal. Fuck me. Fünf Jahre jünger. Ja, fünf Jahre jünger, ne? Wenn ich heute war, fünf Jahre. Dann wäre ich fünf Jahre alt. Was für eine Frage. Fünf? Na ehrlich. Ja, sechs. Heute Geburtstag, ja. Äh, 14. Bei mir. 13. Äh, 23. Lass mich mal so stehen. Fuck. Fuck. Du hast recht. Fünf Jahre. Shit. Egal. Fuck. Scheiße. Fünf. Ich würde jetzt wahrscheinlich das dann natürlich vor der Kamera erzählen, dass ich gestern sternhagelvoll über den Platz geflogen bin, aber das ist halt so. Äh, der Alkohol, dass ich Alkohol gedrungen habe. Die Drogenexesse. So und dann Alkohol und alles. Das wäre nicht so cool. Also die wissen auch von einer Art, da gibt es keinen Alkohol? Ne, die denken ich fahre die ganze Zeit und ich trinke nur Wasser. Ja, was am Ruck am Ring geht, ist eh. Was am Ring passiert bleibt, am Ring. Genau. Noch keinen. Von dem Kobi Sie? Waaaaaah. Gut. Panama. Vor Ihnen hätte ich keine Angst. Üben Sie. Oh fuck. Helga. Lautre. Lukas Podolski. Oh. Wacken. Yeah, Horst, bester Mann. Gib mir noch einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und schreibt mir mal in die Kommentare, welche Frage ich beim nächsten Interview stellen soll. Haut raus.